Herzlich willkommen bei uns im Hotel Zürsow in Zürs am Alberg. Mein Name ist Hannes Kadarassi, ich bin der Inhaber und Geschäftsführer des Hotels. Wir sind ein Wintersporthotel in einem der schönsten Skigebiete der Welt. Wir begrüßen jedes Jahr sehr viele Gäste aus aller Welt zum Skifahren, zum Wellenessen, zum Urlaub machen und natürlich auch zum Sport betreiben. Kulinarik spielt natürlich auch eine große Rolle und wir freuen uns jetzt, wenn die Wintersaison bei uns bald beginnen kann. Zum Skifahren zu uns nach Zürs, eines der schönsten Skigebiete der Welt am Alberg, aber neben dem Skifahren ist natürlich auch das Thema Wellness, Erholung und auch Sport sehr, sehr wichtig. Wir haben sehr viele Gäste, die auch nach dem Skifahren noch den Fitnessbereich nutzen und da ist es natürlich wichtig, dass man auch das neueste und beste Equipment für die Gäste zur Verfügung hat und da haben wir jetzt vor einiger Zeit auch mit Matrix einige neue Geräte installiert und haben wirklich tolles Feedback auch von den Gästen bekommen. Also ja, es ist ein sehr wichtiger Punkt bei uns, auch der ganze Spa-Bereich, Wellness, Massagen, Behandlungen, einfach sich gut gehen lassen und erholen ist natürlich gerade im Bereich Wintersport und neben dem Skifahren ein ganz großer und wichtiger Punkt. Herr antioxidt, die Minderung an ist in derboardingsten Fringe, wellness-Bereich, wird die Jungs-Bereich irgendwie gut gehen lassen. Das ist aber auch das nicht. Das ist noch eine Nachfrage, finde ich, dass die Lieblings-Bereich ist ein wenig, Aber dann, dass wir alle heute in der Raum haben,